Du hast mich gerade angeguckt, als ob du irgendwas weißt. Was weißt du? George! Hast du sie getroffen? Lisa, hey, ich bin's, Maike. Pass auf, wegen Freitag unser Streit. Es tut mir leid. Es ist einfach blöd, unter welchen Umständen wir momentan immer aufeinander treffen. Und lass uns doch bitte einfach hinsetzen und lass mich dir erklären, wie es dazu gekommen ist. Und so, bitte, gebt mir doch einfach eine Chance. Lisa? Lisa? Oh, kann ich kurz rein? Was machst du hier? Was ist los? Ist Lisa hier? Nein. Wieso sollte sie hier sein? Sie ist doch bei euch, oder nicht? Was ist mit Lisa? Was ist mit Lisa? Sie ist auch seit Freitag nicht mehr bei uns im Wohnheim. Wie seit Freitag? Ich hab sie am Freitag das letzte Mal gesehen und wir haben uns gestritten. Und seitdem weiß ich nichts mehr von ihr. Und wie kann sie denn Freitag bei euch dann verschwinden? War sie danach in einer guten Verfassung? War sie danach wieder happy? Oder wie... Sie meinte, dass sie... Was? Was meinte sie? Sie meinte, dass sie eine Auszeit braucht und gehen muss und dass sie zu irgendeinem Freund gegangen ist. Zu welchem Freund? Ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht. Hat sie nicht gesagt. Ja, und wie war sie drauf? Schlecht. Sie hat sich an dem Tag noch mit Dascher gebrieft und dann... Scheiße. Äh... Was? Warum guckst du so? Was ist los? Mo! Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wahrscheinlich. Was ist los? Was ist los? Sie hat sich wahrscheinlich welche von meinen Pillen genommen, weil die nicht mehr in meiner Tüte waren. Drogen? Ja, eine war weg. Wie kann das sein, dass sie am Freitag Drogen nimmt, sich verpisst, spurlos verschwunden ist und du kommst heute hier an und sagst mir Bescheid? Warum warst du nicht gestern oder vorgestern, Chadi? Ich wusste nicht, dass sie so lange weg bleibt. Was soll ich denn machen? Ich hab versucht, sie anzurufen. Es geht nicht. Es geht keiner dran. Scheiße, meine Nachrichten gehen auch nicht durch. Ich versuch ja auch seit Tagen hier was. Pass auf. Du gehst jetzt ins Wohnheim. Du hältst da die Stellung und wenn Lisa da auftaucht, sagst du mir sofort Bescheid. Okay? Ich geh zur Polizei und geb mir ne Vermisstenanzeige auf. Scheiße. George? Ja, wer ist da? George, ich bin's. Mach mal bitte auf. Ich bin sofort da. George, bitte mach die Tür auf. Es ist wahrscheinlich was Schlimmes passiert. Ich hab keine Zeit. Irrscht doch gut. Was gibt's da? So was schief. Oh Gott. Ich dreh durch. Ich kann heute nicht arbeiten, okay? Pass auf. Es ist wahrscheinlich riesige Scheiße passiert. Eventuell ist irgendwas mit Lisa. Ich muss sofort zur Polizei und ne Vermisstenanzeige aufgeben. Mo war bei mir im Loft und hat mir gesagt, dass sie seit Freitag verschwunden ist. Da waren irgendwelche Drogen mit im Spiel und sowas. Ich mach mir tierische Sorgen. Mo hat mich zusätzlich noch kirre gemacht. Und deswegen werde ich da zur Polizei gehen, ne Vermisstenanzeige aufgeben und danach wieder ins Loft. In der Hoffnung, dass Lisa da auftaucht, okay? Ich kann heute nicht arbeiten. Es tut mir leid. Schafft ihr das ohne mich? Kannst du dich ganz kurz beruhigen? Nein. Doch, 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 doch. Lisa geht's gut. Ich spür das. Ja? Und hier ist nichts passiert. Kann gut sein, dass ihr Akku leer ist und deswegen man sie nicht erreicht oder sie nicht anrufen kann. Ja? Und du brauchst jetzt nicht sofort zur Polizeirendung. Wenn du dort hingehst, machst die Vermisstenanzeige, dann müssen die erstmal alles in die Wege leiten und das dauert alles. Ich würde lieber sagen, beruhig dich, geh ins Loft und halt dort die Stellung, okay? Okay. Und wir warten erstmal ab, was passiert. Danach können wir ja immer noch zur Polizei. Ja, vielleicht, ähm, vielleicht hast du recht. Ja. Ich geh jetzt erstmal ins Loft, warte da, aber wenn Lisa sich in einer Stunde noch nicht gemeldet hat, geh ich trotzdem zur Polizei. Okay. Nicht, dass hier irgendwas passiert ist am Ende oder so. Ach, George, wenn der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass sie sich hier irgendwie meldet oder blicken lässt, dann sag mir bitte Bescheid, ja? Mhm. Danke. Gerne. Ciao. Ciao. Lisa, setz dich hin. Lisa, das ist echt nicht cool, was du machst. Deine Mutter macht sich wirklich Sorgen. Oder soll ich sagen, Maike macht sich wirklich Sorgen. Du musst dich schnellstmöglich bei ihr melden. Wie? Nee, du kannst von Glück reden, dass sie nicht zu dem Bullen gerannt ist, weil ich mit ihr geredet hab. Und es ist scheiße, dass ich sie ständig anlügen muss. Oder? Genau. Du kannst ihr das nicht sagen. Schau mal, ich weiß so, wie es ist. Jedes Mal, wenn sie das weiß, dass ich irgendwo bin, dann kommt sie zu mir und will mit mir reden und alles soll wieder gut sein. Ich kann nicht mit dir reden. Ich kann das nicht. Ich kann sowas nicht verstehen. Bitte sag ihr das nicht. Und jetzt wollen kann ich auch nicht. Soll ich zu Hannes und zu Dasch und mit denen reden oder was? Ich bin vollkommen bei dir. Aber dann melde dich doch wenigstens bei deinen Freunden. Damit sie wissen, dass es dir gut geht. Und so wird Maike auch mitbekommen, dass du noch da bist, am Leben ist. Hast du gemerkt, was sie denkt? Hm? Ja, okay. Geh doch. Dein Handy war die ganze... So viele Nachrichten. Ja. Das hätte ich dir auch so sagen können. Okay. Hey, Mo. Ich wollte nur sagen, dass es mir gut geht. Ich war bei einem Freund und muss dir wirklich keine Sorgen machen. Ich hätte einfach nur mein Handy aus. Ich hätte Maike nicht anlügen dürfen. Hätte ich Lisa aufliegen lassen, dann wäre sie wahrscheinlich wieder abgehauen. Hey. Hey. Komm ran. Sorry, ich dachte vielleicht Lisa vor der Tür. Nee, ich bring Essen. Und Matze, Pommes, Currywurst? Nee, danke. Ich wollte mir auch gerade einen Salat machen, aber ich hätte überhaupt gar keinen Appetit. Hm? Okay. Ist auch eher Arbeitsbeschäftigungsmaß. Ja, für mich. Lisa hat sich gemeldet. Bei Mo. Sehr gut. Das sind gute Nachrichten. Ja, wie man es nimmt, ne? Sie hat auf jeden Fall ein Lebenszeichen von sich gegeben, aber keiner weiß, wo sie ist. Keiner kennt diesen ominosen Kumpel, bei dem sie ist. Was ist das, wenn das irgendein kranker Junkie ist? Hä? Zuhälter. Nein. Sie ist aber keinem kranker Junkie oder Zuhälter. Sag mal. Woher willst du das wissen? Wenn sie am Freitag an Mo's Pillenvorrat geht? Was ist das? Sie hat sich am Freitag bei Mo's Drogen bedient. Hat sich irgendwas reingepfiffen. Und danach ist sie spurlos verschwunden. Keiner weiß, wo sie ist. Keiner weiß, wie es ihr geht. Sie gibt ein kurzes Lebenszeichen von sich, aber das war's. Lisa, geht's gut. Okay? Ja. Mhm. Woher weißt du das? Wo ich das weiß. Woher? Ich bin im Studentenheim vorbeigelaufen. Bullshit. Was mitbekommen? Schwachsinn. Du hast mich gerade angeguckt, als ob du irgendwas weißt. Was weißt du? George. Hast du sie getroffen? Lisa ist bei mir. Ich hab sie am Freitag alleine gefunden. Sie war da. Ich hab sie mit in mein Apartment genommen. Ich hab auf sie aufgepasst. Ich hab auf sie aufgepasst. Und sie wollte, dass keiner es weiß. Auf dich ist sie so oder so nicht gut anzusprechen. Ich wollte es dir auch sagen. Ich wollte es dir wirklich sagen. Lisa ist seit drei Tagen bei dir. Ja, ist sie. Und du sagst mir nichts davon? Ich stehe vorhin vor deiner Tür bei dir im Apartment. Wahrscheinlich sitzt sie in irgendeiner Ecke und lacht sich ins Fäustchen, während ich vor Sorge vergehe oder was? Nein, macht sie. Hey, 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 hey. Nein, macht sie nicht. Okay? Sie wollte nicht, dass ich das dir sage. Na, dann musst du dich natürlich dran halten, weil du ein richtig guter Kumpel von ihr bist und nicht von mir, oder wie? Sie vertraut mir. Anscheinend vertraut sie keinem anderen. Ich hab sie auch vertraut. Deswegen bin ich zu dir gekommen, bevor ich zur Polizei gegangen bin. Deswegen sollte ich auch nicht zur Polizei gehen. Ja klar, geht doch nicht. Ja klar, weil du dich damit in die Scheiße geritten hättest. Oh, lecker. Kannst du mich mal... Nein, das ist meine Tochter. Es ist meine Tochter. Und mich kann sie nicht verstehen in dem Moment. Gar nicht. Es ist meine Tochter. Und wenn ihr was passiert, dann werde ich mir das niemals verzeihen und ich möchte, dass du jetzt eh bist. Lass mich alleine, bitte. Verpiss dich! Was machst du denn? Schon da. Ich habe Kuchen geboten mit die Meisterbäckerin. Der sieht toll aus, oder? Mhm. Der ist gut. Der ist sehr gut. Ich wollte mich einfach mal bedanken, dass du mich so lang raushält. Mit Kuchen. Alles gut. Ich hoffe, das schmeckt auch. Natürlich. Du musst auch mindestens vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stück essen. Mhm. Aber die Meisterbäckerin muss mir jetzt erstmal zuhören, okay? Ja. Und nicht enttäuscht sein. Mhm. Ich habe Maike erzählt, dass du bei mir bist. Ich musste das machen. Deine Mutter hat sich krass Sorgen gemacht, wo du bist, mit wem du unterwegs bist. Du hast was? Ich habe ihr erzählt, dass du bei mir bist. Du hast Maike gesagt, dass... Ja, habe ich. Was? 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 Was willst du mir noch sagen? Sie weiß auf jeden Fall Bescheid. Ja, Zufall, das interessiert mich. Nein, du bleibst jetzt hier. Sie weiß auf jeden Fall Bescheid. Ja, und jetzt... Und ich würde dir nicht auf den Sack gehen. Natürlich, weil du mir das sagst. Ich glaube dir auf das Wort. Sie wird dich nicht bedrängen, okay? Weil du es sagst. Ja, weil ich das sage. Ich darf es nicht. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Du kannst doch hierbleiben. Ist alles gut. Klar. Ja, du kannst doch einfach hierbleiben. Ist doch alles super jetzt. Ich werde nicht hierbleiben. Ich geh jetzt. Weil wenn du mir noch irgendeinen Gefallen tun möchtest, dann kannst du mir gerne ein Taxi rufen. Okay. Alter. Lisa. Was? Stopp. Falls du jemanden zum Reden brauchst, bin ich für dich da, okay? Ach so, damit du alles direkt Maike erzählen kannst. Super Idee garanzig. Nicht. Lisa. Ich muss einfach nochmal mit George reden und ihm sagen, wie kack ich sein Verhalten finde. Wie kann er mich so krass anlügen? Und, naja, wer weiß, vielleicht lässt Lisa ja auch nochmal mit sich reden. Warte doch jetzt mal. Du kannst doch hier, du kannst doch hier bleiben. Nein. Wie, nein? Wo ist mein Taxi? Dein Taxi kommt hier. Und du fährst ins Wohnheim, okay? Ja. Ich habe keinen Bock, dass du draußen rum fährst oder so. Ich fahre ins Wohnheim? Ja? Ja. Tut mir nochmal leid, dass ich Maike die Wahrheit gesagt habe, aber ich konnte nicht anders. Ja. Vielleicht hast du recht und du standest wirklich zwischen zwei Fronten und hast, dass das machen keiner. Ja. Falls das Angebot noch steht mit dem Reden, würde ich es eventuell annehmen. Cool. Dann sind wir jetzt Buddies. Freunde. Freunde Buddies. Du bist eigentlich so cringe. Komm, komm. Ich überleg es mir nochmal. Jetzt ist es vorbei. Jetzt sind wir Freunde. Okay, gut. Dein Taxi ist da. Und du rufst mich an, wenn du da bist, ja? Ich schreib dir. Ja. Okay, dann schreib sie mir. Ist auch immer. Ja. So. Dein. George hat echt einen Rat zu Lisa. Das ist irgendwie schön zu sehen. Vielleicht kann er in Zukunft ein bisschen für sie da sein. Ach, keine Ahnung. Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Hey. 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 Hast du einen Moment? Ja, klar. Ich hab nur nicht damit gerechnet, dass du hierher kommst, so sauer wie du auf mich warst. Ich war vorhin schon mal hier, um mit dir zu reden, da war ich aber noch ziemlich angepisst. Und da hab ich gesehen, wie du Lisa ins Taxi gesetzt hast und wie du mit ihr umgegangen bist. Und ich hab nochmal nachgedacht, es tut mir leid, dass ich so überreagiert habe. Das war scheiße. Ich weiß jetzt, warum du's gemacht hast. Du warst halt einfach in einer Kack-Situation für sie da. Und das ist eigentlich das größte Geschenk, was du auch für mich als Mutter von Lisa tun konntest. Von daher Dankeschön dafür und sorry für meinen Ausflipper vorhin. Danke. Komm, setz dich hier trinken ein. Raun, ein Weißwein mit Eis, bitte. Der Herr weiß, was ich mag. Weißt du, ich bin einfach mega dankbar, dass sie sich überhaupt irgendwem anvertrauen kann und das auch tut. Es ist schön, dass so das Band zwischen ihr und mir nicht komplett getrennt ist. Ich find's toll, dass sie sich dir anvertraut, weil ich dir zu tausend Prozent vertraue. Und ich will auch gar nicht wissen, was ihr besprecht oder sowas, gar nicht. Ich freu mich einfach nur, dass du da bist für sie. Schön zu hören. Und tut mir leid, dass ich dir nicht sofort die Wahrheit sagen konnte. Aber jetzt weißt du wenigstens wieso, weshalb und warum. Ich kann's ja verstehen. Alles gut. Ach Mensch ey. Mein schön verkorkstes Leben und du grätschst da ständig rein und rettest irgendeinen Scheiß. Das ist echt so bescheuert. Es ist doch kein Problem. Du bist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Für dich würde ich fast alles tun. Hey, Maike. Hey. Macht nichts. Danke. Danke, Paul. Auf die Freundschaft? Ja. Auf die Freundschaft. Das ist von Robert. Was? Liebe Jule, ich brauche heute deine Hilfe bei einem sehr wichtigen Geschäftstermin. Was für Geschäftstermin? Guck dir das mal an. Der will dich 100 Prozent flachlegen. Hey, da bist du ja. Sag mal, was sind doch alle? Was schleißt du dich so von hinten ran?